Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe zu einem weiteren Spiel. Lincoln City Morko Rambly FC habe ich sicher falsch ausgesprochen. Aber scheißegalien. Das sage ich einmal so. Parma ist fix gesetzt. Ebenso McIntyre Drew. Und jetzt geht's los. Boah. Boah. So. Im letzten Spiel im Cup hat man sich gut verkauft, jedoch einige Marken wieder gehabt. Der Einbruch bei einer 4-2-1-Führung war nicht notwendig. Oberstathletter. So. 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 Ja, die haben auch einen sehr schnellen Spielstil. Da haben wir es gesehen, Palma im Fokus, war nix. Und Palma, der auch schnell sein kann, wurde wieder gestoppt. Bis jetzt haben sie ihn unter Kontrolle. Weiter aus mit einem Warnschuss, der weit vorbei ging. So, hier sehen wir es, Lukaku zu Everton von 81 Millionen. Ui, ui, ui. Ja, unter Druck setzen ist die Devise. Etwas ruhiger im Aufbau. Hmm. Hmm. Ja, warum nicht? Chance von Arnold. Uh, da rutscht er noch mal daneben, Arnold. Hat er hier eine Top-Chance. Oh! Oh! Gott sei Dank. Oh! 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 Well, Farman schickt seine Kollegen mal ein bisschen weiter vor. Und wieder zu leicht fertig hergegen den Ball. Ja, den Ball hat man jetzt nicht wegbekommen. Und der läuft nicht. Oh, wohin? Oh. Ja, spannende erste Halbzeit hier mal, die aber noch nicht so bei ist. Oh, der kann auch mal was anderes ansehen, auch so drei Minuten. Ja, aber man steht gehörig unter Druck. Erste Halbzeit, 0 zu 0. Punkte wären mal wichtig in diesem Spiel in der Liga. Na, verdrückt. Ja, gute Chance, die hier vorgefunden wurde, jetzt durch einen Fehler. Das war nix. Aber Lund klärt trotzdem. Und der startet wieder nicht gut, Palma. Oh, 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 oh. Könnte Gelb geben. Nein, es bleibt nur so bei einer Verwarnung. So, der Wechsel kommt jetzt. So, der Wechsel kommt jetzt. Standard-Situation. Und das nicht unverdient. Und das nicht unverdient. Und das nicht unverdient. Das bleibt einmal nicht unverdient. Oh. 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 Ja, man muss schauen, dass man mehr Ruhe reinbringt. Weil er zum Ball kommt. Oh. 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 Und so ein Ding gemacht. Auf so eine Chance wartet. Schön gemacht. Die zwei, die es ausgeführt haben. Boswick und Palmer. Eins zu eins. Von Weiters war heute auch nicht viel zu sehen. Da hat jetzt der Ausputzer gefehlt. Oh, 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 oh. Gott sei Dank. Aber sie betteln da rum. Upset. Ja, warum nicht aus der Distanz? So, auf der Seite noch frischen Wechsel rein. Frischen Schwung reinbringen. Bolt ist verletzt. Oh. Da kam er nicht dran. Oh. Ja, das war ein Fall. Zur Recht die gelbe Karte. Gut gehabt. Der bettelt um eine Auszeit. Oh. Ja, ein Punkt ist besser als keiner. Hoffentlich bleibt es so. So, eins zu eins, mit dem kann man verdammt gut leben. Überhaupt, wie es in der ersten Hälfte gelaufen ist. Erster Punkt für Lincoln City, ich sage einmal, ein leichter Aufwärtstrend ist ersichtlich. So. Das war das 1 zu 0. Verdient. Mir der schöne Pass in den Lauf, den Palmer auch gleich ausnutzt vom Bostwick. Man muss aber auch sagen, sie hatten es am Fuß für mehr. Aber die Niederlage war genauso greifbar. Ja, das war es mit dem heutigen Spiel. Ich bin der Fallengeber, das ist FIFA 18. Macht es gut. Bis dann und ciao.